Herzlich Willkommen zu den Passionsandachten. Herzlich Willkommen in der K-Woche. In der kommenden Woche haben wir die Gelegenheit, durch tägliche Passionsandachten uns auf Karfreitag und Ostern einzustimmen und einen Weg miteinander zu gehen. Und auf diesem Weg wollen wir beide euch begleiten, die Gesche und ich Arne. Und wir sind gespannt, was uns auf diesem Weg alles begegnen wird an Eindrücken, die wir mitnehmen können in unseren Alltag. Konkret heißt das für euch, dass ihr ab Montag der K-Woche jeden Morgen ein Video vorfindet, das ihr im Laufe des Tages sehen könnt und als Impuls für den Tag bis 24 Stunden später das nächste Video kommt, für euch bedenken könnt. Und am Ostersonntag endet dann unser Weg mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Gemeinsam heißt in dem Fall, wir werden in Feiern in einer Live-Sendung verbunden mit der ganzen Bundesgemeinschaft des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden in Deutschland. Wir laden euch dazu ein, selbst persönlich über diese Andacht nachzudenken, aber euch auch gerne auszutauschen. Auf Slack, online, in Hauskreisen, die ihr per Telefon oder Internet nutzt oder vielleicht auch einige persönliche Notizen zu machen. Ja, wir sind gespannt und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und schauen wir mal, wie es wird. Ganz herzlich willkommen in dieser K-Woche zu unseren Passionsandachten. Tschüss, macht's gut.